Menschen helfen, die gehen glücklich nach Hause, die gemerkt, was da gerade passiert ist. Und wir haben gerade erst mal angefangen, wir haben gerade mal angefangen, das war nur eine kleine Übung. Wer das Coaching beim Heiz kennt, ist ja schon mega krass. Unternehmercoaching natürlich nochmal einen Zacken schärfer, weil man auch seinen persönlichen Ansprechpartner hat. Aber es ist nichts im Vergleich zu diesem Event hier, wo man wirklich vier Tage aufeinander hat. Die Erkenntnis ist das eine, also erst mal zu merken, wo ist das Problem, wo ist die offene Flanke, wo ist die Wunde. Jetzt passiert gerade zu sagen, okay, und jetzt löse ich das. Jetzt gehe ich nach vorn und jetzt gehe ich über diesen Punkt hinweg. Und das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung. Eine besondere Erfahrung in dem Seminar war für mich, dass wir gemeinsam an diesen Themen arbeiten, wenn wir gemeinsam da drangehen. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut und immer weiter an mir arbeiten darf. Und das macht mir Freude und Spaß. Ich fühle mich pudelwohl hier. Mein Highlight in dem Seminar war, dass mir gar nicht bewusst war, dass ich meinen Purpose eigentlich schon lange in mir trage. Hier gibt es viele positive Schuhe. Geil viele Leute, die haben dieselbe Ausrichtung. Jetzt jeder positiv. Man kann es dir nicht erklären. Das musst du wirklich erlebt haben. Jetzt den holen wir mal mit. Den holen wir mal mit. Ja! Ja! Jetzt weiß ich, es geht noch tausendmal besser und krass, also heftig, kann ich nur empfehlen. Geil.